Pokémon! Gotta catch them all! Gotta catch them all! Pokémon! Eine Zeitmaschine, der Herr. Der Herr Pippo. Ein Ultramal wäre besser. Ein Labanus! Ein Labanus! Liebt schon die 6. Ich nehm den anderen Würfel. Ja! Nein! Sag ja, das ist Pippos Schimmelwürfel. Ich hab den guten Schodi hingepackt. Verdammt. Siehste? Da kommt auch mal was. Oh. Mann, ich will nur eine haben. Was ist hier los? Fünf. Oh! Was mach ich denn hier? Zwei, vier! Das reicht! Oh ja! Hat sich das nach Schock geschnappt. Auf jeden! Oh, jetzt geht's hier mal voran! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! Eine Event-Karte! Nicht alle! So, ich muss schon sagen. Er kriegt schon wieder ein Item. Let's fight! Okay. Wer ist denn hier? Wen nehm ich denn mal? Der Palt ist am schwächsten. Oh Mann! Glück gehabt diesmal! Wie viel hatte jetzt nochmal mein Kingler? Das hat mein stärkstes. Und dein Kingler hat... Es zählt das untere, ne? Acht insgesamt. Genau, das untere ist der Angriff. Also, du hast acht und dein Elektrik hat auch acht. Was ist denn da über die Würfelzeichen? Was heißt das? Das ist zum Fangen. Achso, das ist... Ach klar, bin ich dumm. Dann gibts das dazu. Ja, mein Pikachu! Und das... Ah ne, brauche ich gar nicht. Dings... Wo, 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 wo ist denn deins? Einer ist hier. Hier, packts in die Mitte. Da, Elektrik. Komm, hier in die Mitte. Hier ist das, die Fightzone. Aber... Brauchen wir doch die dramatische Musik. Ups! 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 Also, pack die mal richtig nebeneinander, als man drauf kennt. Ah, verdammt! Nein! So. Ich hab zehn. Ich krieg die eine nicht runter. Und das Pikachu... Hat auch zehn, oder? Auch zehn. Gleichstand. Jetzt kommts tatsächlich auf die Würfel drauf an. Ich nehm meine Zauberwürfel. Ich krieg die nicht runter, die eine. Ist egal. Wir müssen, dass da runter eine vier liegt. Ah, ich hab eine vier gewürfelt. 14. Und... Komm schon Palte? Ja! Ärgerlich. Das wird mir ein Scheiß. Und ich kann zwei Karten ziehen. Ne, 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 ne. Du kriegst jetzt die beiden von Palte. Ach, ich krieg jetzt die beiden von Palte. Okay. Genau. Nur wenn er nicht genug hat... Oh. Lass ich vielleicht umdrehen sollen. So. Ja. Und die hier kommen auch weg. Hab ich verkackt, hab ich da. Mein Pikachu ist tot. Nein, es ist nur kampfunfähig. Und mein Trank ist auch weg. Und vom Pokémon Center sind wir jetzt meilenweit entfernt. Ach ja. Ach ja. Dafür bin ich jetzt dran. Genau. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Tampalena Feines. Ein Amoroso. Ich brauche eine Fünf. Wird doch nix. Wird doch nix. Wird doch nix. Eine Zwei. Wird doch nichts. Wird doch nix. Ja, komm. Und ich greif Pippo an. Und ich greif Pippo an. Mit wie viel? Mit sechs? Sieben. Okay. Ich mach acht. Und ich hab noch so'n Zweier hier. Ja, ich auch. Oh. Das heißt, wir haben neun gegen zehn. Wir brauchen Pokémon-Kampfmusik. Oh. Oh, fünf. Das gibt es nicht. Ciao. 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 Pippo rasiert. Ja. Was macht ihr da eigentlich mit diesem Stapel da um? Wie liegen da alle sonst wo? Hör auf, die zu... Ah, wohl nicht. So. Pippo. 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 Dann darf eine ziehen, ne? Und eine darf es noch ziehen, weil ich nur noch eine hatte. Genau. Dann müsste 3 mit würfeln. 3. Wohin will ich denn? Ich bin weder Dragony oder das Unbekannte hier. Ja, wer hat... Irgendwer hat auch schon mal das andere Ding, oder? Die Weiterentwicklung hiervon, oder? Halte du, ne? Nein, ich habe es zweimal probiert Drago anzukriegen, aber es wurde nichts. Nein, wir probieren jetzt hier catchen. So, ich habe hier noch so einen Pokéball, Great Ball. Was macht der jetzt hier nochmal? Ich glaube plus einen. Ja. Okay. Hier liegt der Würfel. Was muss ich denn jetzt hier würfeln? Das schonmal nicht. Was bringt der Great Ball? Warte, ich zeig's mal kurz. Plus einen. Plus einen. Also entweder... Ja. Vier, fünf oder sechs, dann hättest du noch gefangen. Rips. Und vier. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal hier die Kalle weg. Weg damit. Attack. Schon wieder. Toll. Muss ich machen, ne? Du musst, ja. Attack oder was? Attack oder was? Ja, hier oben kommen. Ja, Showdown hier, der Pimmelberger. Nein. Oh, diese Steuerung. Die haben beide keine Karten mehr, ne? Ne, oder so liegt jetzt leider Würfelglück. Mein Nachbar macht schon wieder... Boah, was? Kann doch nicht sein, ey. Boah, drei, vier. So ein Scheiß. Auch tot. Du dachtest, du noch einen passt, ne? Mit einer Sonderregel. Ja. Du baust eh nicht zu. Halt, ich verkauf dir ja gegen Pokémon Trank. Da müsst ihr euch aber erstmal berühren. Ja, stimmt. Da kannst du ja erst traden. Dann bin ich dran, ne? Das würde mir aber auch nichts bringen. So, scheiß drauf. Hier fliegen. Ich flieg jetzt hier hin. Und jetzt kann ich einem zwei Pokémon heilen. Pippo, schwing dein Ding. Ich schwing mein Dingel-Ding-Dorren. Ja, was machst du denn da? Man kann ja gar nicht... Nein. Wie schafft man das denn alles? Länger gedrückt halten. Aha. Die Pia. Jetzt kann man auch deinen Namen wieder lesen. Hahaha. Zwei. Drei. Vier. Dafür brauche ich eine... Fünf. Fünf, ne? Au. Au. Das kann man jetzt auch eine knappe Sache nennen. Hahaha. Ja, Micha. Mhm. Oh, die Vier. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Machen wir eine Drei oder eine Vier? Neu. 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 Passte. Da kommt das Golem. Das Geowatz. In mein Team aufgenommen. Eins. Dann gucken wir mal, was wir kriegen. Soja, Pokémon kann man nun endlich haben, aber nur mit einem campen. Haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Pippo, du bist dran. Ich bin dran. Jo. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zack. Pippo baut sich wieder auf. Hahaha. Achso, ich bin da. Hahaha. Pippo baut sich wieder auf. Pippo baut sich wieder auf. Ich spiele eine vier. Ähh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich guck mal was hier drunter ist. Oh. Ein Glutexel! Oh. 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 Herr damit. Mit dem Würfel. Ne. Der Würfel soll. Weg. Weg Würfel. Hahaha. Das ist das einzige Ärgerliche, du kannst halt jetzt, selbst wenn du Glurak kriegst, nicht die 5 Punkte kriegen, weil Glumander ja der Starter ist, aber 3 immerhin, das sind auch immerhin 11. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Oh, es wird wieder spannend, meine Damen und Herren, nehmen wir den hier, zapptos und ein Ultra-Ball, ob uns bestimmt wieder ein 1 wird, und 4 oder eine 5, oh, das ist bitter für uns beide, Pippo, jetzt brauchen wir noch ein paar Tauschdinger, das kommt davon, wenn man mir meine Lektik klaut, also, da müssen wir gemischt werden, ne, brauchst doch gar nicht, doch, so, da bin ich jetzt, ne? Ja. Eine 2, ja, dann machen wir mal wieder, lohnt sich das hier, äh, nö, ok, dann gehen wir hier, catch that Pokemon, oh, das kann ich gebrauchen, fuck, nein, darfst du es nicht kriegen, 4 oder 5? 4 oder 5? Er tauscht das bestimmt gegen deinen, äh, Blutexo. 4 oder 5? Er kriegt totes von mir. Oh, noch ein Greater Boy. So, was brauch ich denn jetzt? Reicht? Das nicht? Ne, stimmt, das nicht. Ah, du brauchst 4 oder 5? So, du weißt ja, wo ich hin muss, wie komm ich nach hinten, nach oben rum, ok. Eine 1, so wird das aber nichts, du. Ach. Ähm, was? Au. Ach, schade. Wo du gelandet bist, kannst jetzt irgendein blaues aus, du kannst aber auch eins einfach umdrehen, ne, wenn dir die hier nicht gefallen. Jaaaa. Komm, doch, riss knauf an. Ja, ich nehme die goldene Mitte. Nein, oh, mod. Scheiße. Genau, und durch die Karte brauchst du, äh, brauchst du jetzt nicht mehr werfen, er hat's einfach. Genau. Wolltest du die nochmal genauer angucken, oder? Ja. Choose one, ja, hab ich eigentlich schon gezeigt. Oh, ich bin nicht dran. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Oh, eine Itemkarte. Ist eigentlich nicht so schlimm, nur Knogger hat einen stärkeren Angriff. 1 um 1, also ist nicht so tragisch. Joa. Ich könnte jetzt auch schon die Pokémon hier herausfordern. Ja, aber du weißt, wie heftig die sind. Ja, das bringt nicht viel. Okay, folgen ohne Itemkarten bringt das nix. Ja, gar nichts. Oh, wo ist mein Grüner? Hier, welche Richtung bin ich gelatscht? Weißt du, das ist ja? Du kommst von Saffron City. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kick, uh, was? Kick, uh, was? Eine 3 oder eine 4. 3! 3! Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich mach mal hier die 6 Haft. Eine 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt, eine 2! MachoMai und ein Ultraweil! Du hast das andere Ding los. Stimmt! 3! 5! Das reicht! Das reicht! Tatsache, ey! Oh, das ist... Das ist nice! Zadapelf, Angriff! Das lohnt sich! Zapdos und Mahomei mit Maschok! Junge, 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 Junge! Der Oppen rasiert! So eine Event-Card! Trade! So, was habt ihr denn so schönes da im Angebot? Ich hab jetzt nen Nidoran weiblich von dir, du blöder Penner! Ja, du musst eins tauschen! Ach! Das ist natürlich bitter bei den Ganzen! Ich weiß, ich muss ja meinen Puppi, ne? Kann ich mich nicht tauschen, ne? Dein Mautzy ist dein Starter! Das kannst du nicht! Das geht nicht! Ach! Ja, kriegt ihr hier mein Krabbi! Wer denn? Hier! Du! Ja, gib ihm das Besiegte, Falte! Gib mir doch das Besiegte! Ne Puppi hab ich bekommen von ihm! Kriegt ihr da jetzt die Karte oder ist das Abbruch-Pokedoll? Das ist Abbruch! Okay, ne, das nicht! Hier, äh... Das ist mir... Das ist ja mein Starter, das geht nicht! Da haste! Ja, da waren wir kurz noch! Nein, das ist das Falsche! Echt? Ja, du hast dir die Rosane gekriegt! Das hieß es! Warum nimmst du die Karte wieder weg? Nein! Da wieder hin! Kai hat gesehen, dass es ein Pixel war! Sorry! Ich habe es wirklich nicht gesehen! Oh, er packt den... Dann weißt du nicht, dass es ein Pixel ist! Also, Pippo hat gerade einen Trank eingesetzt, um das zu wiederbeleben! Das ist halt so schnell den Trank weggemacht, das hat man nicht gesehen! Ähm... Ja, fertig! Ich krieg die besortiert! Okay! Irgendwie liegen die Dasche einfach! Komm, ein, zwei! Ein, zwei! Ich wollte zwei! Ein, vier! Mal wieder! Fuck! Dann geh ich wieder zurück! Eins, zwei, drei, vier! Achso, ja, stimmt! Und dann kannst du ja wieder umdrehen! Hast recht! Das ist besser! Warum geb ich dir eigentlich Tipps? Weiß ich nicht! Weil du eh schon gewonnen hast! Ja, dafür brauche ich jetzt aber erstmal ein paar Itemkarten! Mal gucken, was jetzt kommt! Aua! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Jetzt darf ich zwei ziehen! Ja, du hast ja hier in der Mitte, ne? Kriegt man ja auch welche in den Arsch geschoben hier! Ja! Ja, aber ich kenne mein Glück! Ich lande sofort beim Trainer und habe verkackt! Okay, ist egal! Wir haben eh schon verkackt! Ja, das heißt schon, er hat was... Oh, da geht er in die Pokémon-Liga, meine Damen und Herren! Poppin versucht sein Glück! Ja, na klar! Mit meinem Mach-O-Mai, da kann nichts schief gehen! Alle zwei! Nein, da nicht! Wie hattest du den genannt in, ähm... Was haben wir gezockt? Penis-Präsentierer! Genau, Penis-Präsentierer! Was war das für ein Game-Pokémon-MMO da? Ähm... Poké-MMO! Ja, hab ich sogar richtig geraten! Aber die Animation ist auch in irgendeinem Spiel! Also die Animation ist ja von irgendeinem Game! Also in irgendeiner Edition... von SoulSilver! Genau! Ja, ich glaube, genau! Da präsentiert er seinen Penis! Müsst ihr mal drauf achten, meine Damen und Herren! Er schwingt halt seine Hüften! Fett zu ihm, ne? Genau! Er schwingt sein Ding! Er ist jetzt überhaupt... Weiß ich gar nicht! Ich glaub Pippo war das, ne? Ja! Dann bewegt dich auch! Na, ich war schon fertig! Ich hab schon alles fertig gemacht! Achso, das heißt ich bin dran? Ja! Okay! Ich spiel ne 4! Ja! Da sammelt jetzt aber einer fleißig alte... Ja! Dann geh ich wieder zurück, ne? Oh! 5! Ich will das Georg haben! 1... 2... 3... 4... Und 5! 2 Event-Card! Attack! Dann bin ich in Ruhe! So Pippo, jetzt kommt die Ressourkutsche! Ich wusste es! Ich wusste es! Womit? Machu mal! enjoys... In Kombo! Einfach ja, ne? Jetzt hat er elf, ja! Traust du dich doch was dazu quella好了? Aber ja doch?! Da kommt noch ein plus 4 drauf! 15! Da kann ich auch liegen lassen! Wie viel hast du? Ach so, das habe ich gleich geguckt! Zu schwer! Das ist leider jetzt! Und ich kriege 2. Item-Karten von dir. Nehme ich die hier, ein, und diese hier. Er sich gemopst hat, er sich die. Macho Mai rasiert. Wenn ich damit schon Pippo fertig mache, dann wird die Top 4 hier in Wippen. Wer ist denn da drauf? Achja, ich bin jetzt, ne? Ja, stimmt. So, dafür würfel ich dich jetzt erstmal weg hier. Schade, dann nehmen. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. So ein. Erstmal mache ich hier Trank für mein Pokémon. Ey, da stehen ja sogar die Attacken dran, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Was brauche ich denn dafür gerade? Submission? Ah, gute Frage, was Submission ist. Ein bisschen bin ich in den englischen Attacken drin, aber... Ich glaube, wenn das bei Google rein wird, kommen nur irgendwelche Pornos. Das wird gut sein. Der nächste. Yes. Herr Paltos. Drei. Ah, knapp daneben ist er auch vorbei. Ah, scheiß auf Georg. Okay, jetzt hier lang. Verdammt noch mal. Wir haben eh gleich verloren. Drei oder vier. Drei oder vier. Ihr macht ja weiter im Grunde. Achja. Wir hatten ja eben nur aufgehört. Achso, Pippo und ich machen dann weiter. Wir können weitermachen, ja. Also du hast dann nur gewonnen, aber wir spielen dann noch im zweiten Platz sozusagen. Richtig. Aha. Oh, ich bin so dumm. Wieso? Ja, das ist richtig gut. Ah, deswegen, was ich hier gerade zeige. Aber ist egal. Sag mal her, Iga. Hey. Oh, ich fand auch nicht so. Oh, du bist ein Arsch. Zwei, zwei, eins. Sag mal her, Iga. Oh, jetzt zieh eine Eventkarte. Let's fight. Erstmal, der bleibt umgedreht, Pippo. Nee, ich hab nen Trank genommen. Hat er? Ja, hat er. Okay. Kannst du mich jetzt schon wieder angreifen? Ich glaub ja. Komm her, komm, komm. Ja, mach ich auch. Komm her, komm. Jetzt geht's los hier. Ah, plus ein. Wo ist der zweite Würfel? Da, hier. Komm schon sechs. Oh, der war super zu wenig. Ich hab sowas von fertig gemacht. Gisst du nicht? Gisst du nicht? Was macht der eigentlich schon? Ihr legt sie auf die Hand von nem anderen Spieler. Ja. Ich glaub, das machen wir mal. Nee, das wäre jetzt zu kompliziert. Ihr macht das schon. So, Pippo, du bist wieder dran. Nee, du kannst nur noch meine Karte zocken und einen nehmen. Ach so, ja. Karte zocken, sagt er. So. Oh, der ist schon wieder krank. Oh, da ist der Würfel geklaut worden. Das war aber ne sechs. Das war ne sechs. Das war ne sechs. Zack hierhin. Zwei Karten. Zack. Na, Pippo? Probierst du auch dein Glück? Kannst du doch gar nicht, ne? Nee. Ich konnte. Ist das ne drei oder nochmal? Ich würde sagen, es ist ne drei. Zeig doch an. Wo bin ich denn da? Warte mal. Nee, ich geh hier wieder zurück. Wie hab ich denn jetzt? Hab ich schon über sieben? Ja, Tatsache. Ich muss eine abwerfen. Oder aktivieren. Ja, hier. Mein Trank. Also mein Pikachu hier am Start. Genau. Und hier, der komische Bengel hier kriegt Karten dazu. Ich bin da mit Würfel, ne? Du hast die in der Mitte geklaut, irgendwer. Pippo hat die geklaut. Pack die da wieder hin. Drei. Aha. Zwei Item Cards. Ja. Ich kann grad nicht zeigen. Hier sortiere. Euren Schund. Oh, vier, sechs, sieben. Passt grad noch so. Jetzt bin ich hier vorne wieder, ne? Beim Anfang, oder? Nee, nee. Du gehst jetzt einfach wieder rückwärts. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Relax, du. Es ist unser Date hier wieder. Fünf brauch ich. So. Das war's mit diesem Part von Pokémon Master Trainer. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei wärst. Bis dahin. Bleib im Schatten. Deine Shadowhawk. Bis dahin. Bleib im Schatten. Deine Shadowhawk. Absatz! Träuner입니다. Vielen Dank.